Ich erzähle was, wie man die typischen Gravitationsaufgaben in der Physik in der Schule löst. Ich rede ständig von der Zentrifugalkraft und am Ende vom Video erzähle ich was über der Zentripetalkraft. Mach auch das Thema Vektoren, mach ich alles am Schluss. Der Start ist schlampig und schnell und dann am Schluss nochmal genauer. Das ist das Gravitationsgesetz von Newton mit der Gravitationskonstante, die man hier einsetzt. Meistens kennt man vorher dieses Gesetz, FSMRG, das gilt nur auf der Erdoberfläche und Newton gilt immer im Weltraum. Also im Weltraum immer den allgemeinen Newton und wichtig ist die Zentrifugalkraft, da gibt es zwei Kräfte. Ihr habt bei diesen Aufgaben meistens die Situation, da saust ein Mond um die Erde. Wenn ich bei der Zentrifugalkraft bin, dann habe ich eben nach außen dieses FZ, Zentrifugalkraft, nach innen FG, Gravitationskraft und diesen gleich. Lange malen und dann kann ich sagen FG gleich FZ. Wer die Zentrifugalkraft größer wird, der Mond abhauen und wer die Gravitationskraft größer wird, der Mond auf uns draufstürzen. Also muss die ungefähr fast gleich groß sein. Wir verlieren den im Jahr einen Zentimeter, irgendwie sowas ganz, ganz wenig. Also hier FG gleich FZ. Der Mond macht zwar eine Ellipse, aber wir gehen von einem Kreis aus, näherungsweise ist ein ziemlich guter Kreis. Das mit der Ellipse lassen wir, also jetzt bei dieser Rechnung weg. Es gibt auch Aufgaben, da bewegt sich ein Satellit um die Erde. Also was haben wir? Hier haben wir FZ und da haben wir FG und wieder FG gleich FZ. Dann gibt es Aufgaben, da haben wir die Erde bewegt sich um die Sonne. Hier haben wir FZ, hier haben wir FG und dann wieder FG gleich FZ. Also immer wenn irgendwas um was anderes, Himmelskörper rotiert, FG gleich FZ. Jetzt weiter geht es. Wir wissen also, FG gleich FZ. So, dann, ach jetzt ratiere ich mal, dann kann ich hier ein bisschen, so, ein bisschen Platz. So, da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Gut. Also FG gleich FZ. FG gleich FZ. Das heißt, diese Gravitation, Konstante M1, M2 durch R² ist, und jetzt mache ich die eine Zentrifugalkraft, V² durch R. Wenn die Erde die Masse M1 hat und der Mond die Masse M2, dann habe ich hier die Masse M2, weil in der Zentrifugalkraft steckt natürlich immer die Masse von dem, was da irgendwie so ein Kurvending hat. Okay, und ich hätte noch die zweite Möglichkeit. Ich kann jetzt sagen, wieder FG gleich FZ und zwar G M1 M2 R² und hier M ist wieder M2 Omega Quadrat R. Mit Omega ist eine Winkelgeschwindigkeit, also zwei Pi ist Winkel im Bogenmaß und Groß T ist die Zeit. Und da macht man üblicherweise bei den Aufgaben so ein gegeben, gesucht. Und wenn bei gegeben oder gesucht, wenn die Zeit T, das ist die Umlaufdauer, wenn die vorkommt, dann ist das oft der schnellere Weg. Dagegen, wenn bei gegeben gesucht diese Geschwindigkeit vorkommt, dann ist das hier der schnellere Weg. Aber ihr kommt bei jedem Weg irgendwo hin, weil v ist ja die Bahngeschwindigkeit. Also v ist einfach immer Weg durch Zeit und in dem Fall eben Kreisumfang 2pr durch T. Würde man das da einsetzen, hätte man ja auch wieder das T, wenn es gegeben ist. Dennoch, wenn ihr eh schon sämtliche Formeln habt, also alle Formeln, die dastehen, man nimmt sich von diesen zwei FZ-Formeln, die dir besser passt, hier ist eben v gegeben, hier ist über das Omega das T groß T gegeben und immer diese Gravitation gleichsetzen. Und jetzt geht es darum, auflösen. Also was ist heute gesucht? Also ihr schreibt es hin, gegeben, gesucht, nachdem was gesucht ist, auflösen, einsetzen, fertig. Es gibt, also immer das gleiche Ding. Irgendwas saust, FZ gleich FG, hinsetzen, auflösen. Jetzt gibt es einen Aufgabentypus, der ein bisschen anders ist. Ich habe jetzt hier, also eine Erde. Und ich habe hier eine krumme Erde. Und dann nehmen wir den Mond. Ja, Mond. Und dann habe ich hier einen Menschen. Direkt auf der Oberfläche gilt, FG ist M mal G. Und es gilt, FG ist G, M1, M2 durch R Quadrat. So. Und wenn der Mond die Masse M1 hat und der Mensch die Masse M2, ist hier natürlich die Masse M2. Und G ist auf der Erde, habe ich G gleich 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. Und am Mond ist es, glaube ich, so ein Sechstel oder ein Siebtel, weiß ich jetzt gerade nicht, ich glaube ein Sechstel von diesem 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. Das schaut man auch. Genau. Und wenn das gleich ist, kann man es gleichsetzen. Also es gibt Aufgaben, wo man diese beiden gleichsetzt. Ja, also M2G gleich G, M1, M2 durch R Quadrat. Die Masse von dem Menschen kürzt sich hier weg. Und dann ist irgendwas gegeben, irgendwas gesucht. Und bei der Erde ist es eben 9,81. Bei Planeten muss man schauen, was gerade gegeben ist. Das ist so Sonderfall, weil dieses FSM mal G, FSM mal G, eine Nährungsgeschichte für die Oberfläche ist. Es ist schon so, wenn ich die Treppen hochsteige, wird die Kraft weniger, aber Nährungsweise ist es egal. Ich habe es einmal erlebt, die Geodäten in der Uni, die schaffen das. Die haben so ein Messgerät, wenn man das auf den Tisch stellt, kann man sehen, dass die Gravitation kleiner wird. Aber das ist irgendwo eine Nachkommastelle. Und am Schluss erzähle ich, ah ja doch, das nochmal, wenn jemand einen Stein um den, deswegen habe ich den Mond, um den ganzen Mond schmeißen, tätet. Dann habe ich wieder FZ gleich FG. Ja, wie oben. Ja, so. FZ und FG. Weil das ja an der Oberfläche ist, könnte man jetzt auch sagen, MV Quadrat durch R ist M mal G. Oder man macht das, was immer geht. MV Quadrat durch R ist G. M1, M2 durch R Quadrat. Immer wieder FZ gleich FG. Und das war das M2. Und das kürzt sich. Und so weiter. Gut. Gut, also auf der Oberfläche M mal G und das gilt immer. Und letzte Bemerkung. Jetzt kommt Zentripetal, Zentrifugal. Weil so vom Prinzip her FZ gleich FG und auflösen. So. Wenn ich einen, ich habe die Erde. Ich habe den Mond. Wenn, und der Mond ist hier so, der kommt so daher. Würde keine Kraft wirken, würde der Mond geradeaus in den Weltraum fliegen. Damit der Mond es schafft, diese Kreisbahn zu machen, braucht er eine Zentripetalkraft FZ hinein. Und wenn diese Zentripetalkraft zufällig genauso groß ist wie das FG. Das heißt, das G ist die Zentripetalkraft. Das sind keine Zweikräfte. Sondern es gibt eine, nee, zwei, genau. Machen wir nur einen, einen Dings. Es gibt eine Kraft. Und diese Kraft ist sowohl die Zentripetal, die ist zufällig die Gravitationskraft. Dann macht er diesen perfekten Kreis. Einen echten Ellipse, aber egal. Und deswegen muss der Betrag von FZ gleich der Betrag von FG sein. Und Kurzschreibweise für die Beträge ist einfach so. Und dann habe ich FZ und FG und bin wieder oben. Ich kann schon auch mit der Zentrifugalkraft sauber argumentieren. Also ich habe hier den Mond. Und jetzt versetze ich mich in den Mond hinein. Der Mond sagt, ja, hier wirkt eine Gravitationskraft. Und ich habe so das Gefühl, als gäbe es eine Zentrifugalkraft. Und dann habe ich, hier wäre ich FG. Der Vektor FG ist minus der Vektor Zentrifugalkraft. Das wäre hier Zentripetalkraft. So, und davon die Beträge. Die Beträge müssen also gleich sein. Und dann habe ich schon wieder FG gleich FZ und bin wieder oben. Und fertig. Und genau. Aber bei den Aufgaben wird das meistens nicht gefragt. Zentrifugal, Zentripetal. Sondern da geht es meistens nur darum. Hier FZ gleich FG. Und schauen, was ist gegeben, was ist gesucht. Und auflösen und Ergebnisse hinschreiben. Saghy erste Mal. Und das ist nur das.